Party People, weit her, nächstes Level Haunted Woods, die olle Wachwurz. Gott, Hilfe. Ja, hier, Diddy Kong, go. Ach du heiliger. Ja, mach mal Platz da. Oh nein, oh ey. Hallo, geht's noch? Mich hier verarschen. Sieh dich. Ja, Diddy, nix. Du Affe. Tschüss. Gott. Ach fucken. Ich fluch hier wieder rum. So, dich auch noch? Na komm, das schaffe ich. So, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Jo, Affen. Haha, mehr oder weniger. Eher weniger als mehr. Scheiße. So. Jetzt. Gleich zu Ende die Geschichte hier. Dann kommt nochmal ein Drache. Dann Trophy Race. Habe ich hier schon das Minispiel gemacht? Geil. Habe ich hier schon das Minispiel gemacht? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt ja gleich sehen. Komm. Den Drache mache ich noch schnell und dann gucke ich mal auf die Uhr. Also, auf die TT-Uhr. Ich glaube, da hättest du sogar wirklich TT-Uhr. Mensch, Tablette-Tennis. Da hättest du dich aber auch... Ja, ne? Wie die Uhr nennen können. TT. Gamer. Oh Gott, vergiss es einfach. Was ist los? Hast du einen Clown gefrühstückt? Ja, ja. Wie der die Hände zusammenhält, falls das Hände sein sollen. Sieht ein bisschen aus wie so Mr. Krabs Hände. Get ready. Go. Alter. Alter. Ernsthaft. Boah, Slagsy. Was war das denn? Ich lasse mich hier einlullen von dem. Boah. Fuck. Der macht einen auf ernst. Es sind weniger Ballons da. Solange meine kleinen blauen Turbos da sind, ist alles okay. Schon bin ich erster. Hinter mir schnauft's. Kein Bock, Feuer in die Rücke zu kriege. Die, 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 die. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, wo ist er denn? Der immer noch hinter mir? Pfeife. Ah, Mann! Dieser Ballon ist echt gut getarnt. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Langsam nicht mehr lustig. Ich meine, der Drache ist ein Witz. Guckt euch das mal an. Den schaffe ich auch ohne Turbos. Wird halt abgeballert. Fertig. Jetzt zünden wir die Scheiße und weg. Oh, die Säule habe ich nicht gesehen. Komm, Piepsi, mach hin. So, und... Ja, geschafft. Das war einfach, Leute. Das war ein Witz. Der Drache ist ein schlechter Witz. Exzellent. You've earned a prize. Äh, a prize, a piece vom Amulett. Ja, ja. Trophy Challenge wird auch noch gemacht, Dicken. Tschüss. Achtung. Äh, herzlichen Glühwunsch. Äh, ja. Alle vier Teile des Amuletts sind zusammen. Jetzt kann ich gegen Whispick fahren. Okay, Ding. Locker. So, TT-Uhr. Wie sieht's denn aus? Wuhu. Wuhu. Ähm, ähm, den Schlüssel hab ich. Aber das Rennen fehlt noch. Ich glaub, da muss ich hier runter, oder? Ja. Kommen wir zum Minispiel. Ach ja, hier musst du Bananen sammeln. Ja. Und zwar maximal zwei kannst du tragen, da musst du wieder abgeben. Kannst aber auch von anderen Leuten abballern. Und wenn die halt grad Bananen dabei äh, haben, haben sie die verloren wieder. Let's live. Boah, du Ratte, du elende Kanal. Didi, du Pimmel. Hier wird doch wohl irgendwo noch ne Faschiss mit Banane. Gott sei Dank. Man muss halt wissen, wo seine Ecke ist, ne? Ist klar. So. Da ist noch eine. Und wieder zurück. Also ganz einfache Geschichte eigentlich. Solltet ihr locker den ersten machen. So, eine Banane fehlt noch. Ole, Rot, Weiß, Olaf, die Geschichte. Dann war's das. Verpiss dich. So. Ach, Quatsch, nee. Zehn Bananen. Entschuldigung. Ich nehm alles zurück. Jetzt fehlen mir noch zwei. Da, Didi, du. Immer der Didi. So. Schutzschild an. Ich nehm mir noch eins mit. Man weiß ja nie. Und, Slugsy hat's. Ganz einfache Kiste. Ja. Toll. Jetzt hab ich auch das TT-Amulett voll. Use this to enter the TT-Door. Well done. Also wir müssen natürlich erst noch die TT-Tür finden. Hahaha. Noch können wir nicht ran. Noch nicht. Ich hab' ja mal wieder eine ganz tolle Zeit erwischt. Trophy Challenge noch anfangen. Natürlich, ich bin noch keine Pussy und heißt TT-Gamer. Trophy Challenge. Ja. Jo. Mit dem Level geht's los? Okay. Alles kein Problem von Slugsy. Ihr Idioten. Tschüss. Uh. Yeah. Hehehe. Tschüss Didi. Hahaha. Da freut sich meine schwarze Seele. Lelele. 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 In der Trophy Challenge sind die Jungs aber echt stark. Muss man sagen. Ja. Ah, natürlich. Mal wieder super. An allem vorbeigefahren, was wichtig ist. Nein. Kein Problem. Brauch ich nicht. Boah. Einmal in eine falsche Richtung eingeschlagen beim Turbo-Zünden. Schon ist vorbei. Kacke auch. Schön langsam um die Kurve fahren, wollte ich sagen. Alter. Gibt Stoff, Maus. Sag mal, die hocken mir aber auch im Nacken. Ich komme kein Stück voran. Das liegt an diesem scheiß Hovercraft. Ja, nur das Beste wieder. Komm, brecht euch das Genick auf der Öl-Pfritze. So. Weg hier. So einen halben Meter Vorsprung geholt. Jetzt einfach nur auf die Sache sicher nach Hause fahren. Dann war's das. Scheiß auf den Turbo. Ja, die zwei Bananen nochmal ganz wichtig. Und weg. Den ersten gemacht. Ja, jetzt muss ich aber auch. Ich muss auf die Bremse drücken. Auf die Aufnahmebremse. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Ja, Slagsy.